Mit YourShape Fitness Evolve 2012 kannst du dein Training noch besser verfolgen und an der Online-Community teilhaben. Es ist ganz leicht. Melde dich bei YourShape Center an, um deine Statistiken, Ziele und verbrannten Kalorien anzusehen. Einschließlich deiner Daten aus der vorherigen Version. Du siehst auf einen Blick, wie du dich in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hast. Greif mit der kostenlosen YourShape-App überall und jederzeit auf deine Statistiken zu. Und hol dir Tipps, Tutorials und wichtige Spielinformationen, durch die dein Training noch effektiver wird. Du brauchst Motivation? Teile und vergleiche deine Statistiken mit dem Rest der Welt. So siehst du deinen Stand in jeder Aktivität. Verfolg deinen Fortschritt in den Liga-Bestenlisten deiner Freunde, deines Landes und der Welt. Du magst Wettkämpfe? Mach bei einem Community-Event mit oder erstelle eine Herausforderung und tritt mit deinen Freunden oder Gegenfreunde an. So siehst du beim Training, wie hart die anderen arbeiten. Übertrumpfe sie und gewinn die Online-Trophäe. So harte Arbeit verdient wirklich Anerkennung. Wieso teilst du nicht deine Erfolge auf Facebook mit? Deine Freunde können deine Aktivitäten sehen und dich anfeuern. Das ist Motivation. Die Community ist auf dem besten Weg, 2012 eine Milliarde Kalorien zu verbrennen. Werde Teil dieser Bewegung und werde fit. Mit Spaß! Die Community ist auf dem richtigen Weg, 2012 eine Milliarde Kalorien zu verbrennen. Untertitelung des ZDF, 2020